Mit einem Business Model Canvas kannst du die Komponenten eines Geschäftsmodells sichtbar machen und ein Konzept für dein Projekt entwickeln. Außerdem kannst du mit dem Canvas verschiedene Versionen deiner Idee durchspielen und testen, ob deine Ideen für deine Zielgruppe auch wirklich sinnvoll sind. Wie gehst du vor? Think Big hat diesen Projektplan Canvas für dich entwickelt, was an der originalen Business Model Canvas von Alexander Osterwalder angelehnt ist. Am besten druckst du dir den Plan groß aus und arbeitest dann mit Haftnotizen. So kannst du deine Überlegungen oder die aus dem Team immer wieder verändern. Die Matrix hilft selbst komplexe Prozesse einfach visuell darzustellen. Alternativ kannst du auch PowerPoint als Tool für die Erstellung deines Projektplans nutzen. Dafür fügst du den Plan als Folie ein und arbeitest mit Textfeldern, in die du deine Inhalte reinschreibst. Schauen wir uns den Projektplan Canvas von Think Big einmal genauer an. Hier gibt es die Kategorien Problem, Lösung, unser Projekt, unser Team, für wen, also die Zielgruppe, Finanzen und unsere Vision. Passend dazu gibt es Fragekarten von Think Big, mit denen du die einzelnen Fragen für dein Projekt beantworten kannst. Am Anfang steht also ein bestimmtes Problem, das du mit deinem Projekt lösen willst. Das Problem und deinen Lösungsansatz solltest du hier so genau wie möglich benennen. Daraus kannst du deine ganz einzigartige Projektidee ableiten und beschreiben. Um das Projekt umzusetzen, brauchst du ein Team. Überlege dir also genau, welche Person welche Kompetenzen und Ressourcen in das Projekt einbringen kann und für welche Bereiche du noch Unterstützung brauchst. Die Definition deiner Zielgruppe ist ein ganz entscheidender Punkt. Je genauer du deine Zielgruppe definierst, desto besser kannst du dein Produkt oder deine Dienstleistung auf die Zielgruppe abstimmen. Für die Zielgruppenanalyse empfehlen wir dir, bei Projektbeginn eine Zielgruppenbefragung oder Beobachtung zu machen, um deine Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen so gut wie möglich kennenzulernen. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Finanzierung des Projekts. Im Projektplan Canvas kannst du schon vorab beschreiben, welche Ausgaben du im Projekt haben wirst und wie du diese decken kannst. Das ist noch kein detaillierter Finanzplan, aber vielleicht fällt dir hier schon auf, dass du deine Idee an manchen Stellen verkleinern musst, weil das Geld nicht reicht. Genau darum geht es auch bei der Beschreibung deiner Vision. Hier wirfst du einen Blick in die Zukunft und überlegst, wo du mit deinem Projekt eigentlich hin willst und wie du diese Idee langfristig finanzieren kannst. Um die Verwendung des Projektplan Canvas noch besser zu verdeutlichen, gehen wir das ganze mal an einem ausgedachten Beispiel durch. Mal angenommen, du möchtest eine Vokabeltrainer-App zum Deutschlernen entwickeln. Das Problem. Ich habe festgestellt, dass es zwar viele Vokabeltrainer-Apps gibt, dort aber oft wichtige umgangssprachliche oder jugendsprachliche Wörter fehlen. Außerdem sind die Anwendungsbeispiele meistens aus völlig alltagsfremden Kontexten. Unsere Lösung? Eine Community-gesteuerte App, deren Vokabeldatenbank von den Nutzenden selbst gefüllt wird. Das Projekt. Wir entwickeln die App Teamlern. Für Smartphones und Tablets. Damit entsteht ein Wörterbuch, was sich ausschließlich am Bedarf der Sprachenlernenden orientiert, weil die Nutzenden die Vokabeln selbst eingeben. Die Übersetzungen können von allen editiert, mit Beispielen angereichert und nach Nützlichkeit bewertet werden. Das Team besteht aus Maxima, Karl, Aische und Jan. Maxima hat schon einige Erfahrungen in der Programmierung von Apps und kümmert sich um die App-Entwicklung und alle technischen Fragen im Projekt. Karl ist eher der Organisator. Er kümmert sich um das Projektmanagement, die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Aische ist sehr kreativ und wird sich um das Design der App kümmern. Jan ist Lehrer für Deutsch als Fremdsprache und wird uns beim Aufbau der App beraten. Bei der Finanzplanung werden wir die Hilfe unserer Ansprechpartnerin bei ThinkBig in Anspruch nehmen. Die Zielgruppe sind junge Menschen, die neu in Deutschland leben und Deutsch lernen wollen. Sie gehen hier meist zur Schule oder machen eine Ausbildung. Um die Zielgruppe zu erreichen, nutzen wir soziale Netzwerke, Kontakte aus unserem Umfeld, machen Werbung in Vereinen, Sprachlernschulen und Initiativen, die mit der Zielgruppe zu tun haben und gehen in Schulen und Berufsschulen, um dort Flyer zu verteilen. Finanziert wird das Projekt am Anfang durch die ThinkBig-Förderung. Das Geld brauchen wir, um Fahrtkosten, Telefon- und Internetkosten, Büromaterialien und Druckkosten für Flyer abzudecken. Unsere Vision für die Zukunft ist, dass die App kostenlos bleiben soll. Daher stoßen wir eine Crowdfunding-Kampagne an, um die App längerfristig zu finanzieren, damit sie weiter gepflegt werden und wachsen kann. Unser Beispiel hier ist sicherlich nicht vollständig, aber du erkennst das Prinzip und kannst später die einzelnen Fragen für dich und dein Projekt so detailliert wie möglich beantworten. Es gibt übrigens auch spezielle Canvas-Tools, die du für die Erstellung deines Projektplans nutzen kannst. Hier empfehlen wir dir zum Beispiel den Canvanizer. Auf www.canvanizer.com findest du Canvas-Templates, die zwar etwas anders aufgebaut sind als das Template von ThinkBig, aber sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich hier kostenlos registrieren, dir ein passendes Template aussuchen und loslegen. Deine Teammitglieder lädst du per E-Mail zum Projektplan ein, sodass ihr die Tabelle gemeinsam und sogar parallel editieren könnt. Ein schönes Feature ist, dass du dir immer die älteren Versionen deines Projektplans anschauen und somit die Entwicklungen und Veränderungen im Projekt gut nachvollziehen kannst. Am Ende exportierst du deine Tabelle entweder als Text zum Ausdrucken oder lädst dir den Plan als interaktives Slideshow herunter. Das wäre eine gute Variante für Projektpräsentationen. Wo und wie du deinen Projektplan Canvas erstellst, bleibt letztlich dir und deinem Team überlassen. Überleg dir, mit welcher Variante du am besten arbeiten kannst. Ob du dir den Plan groß ausdruckst und mit Zetteln beklebst. Ob du eine PowerPoint-Folie mit Textfeldern füllst. Ob du die Online-Variante mit dem Canvanizer nutzt. Oder ob du dir eine App wie z.B. Business Model Canvas und SWOT aus dem Playstore herunterlädst. Entscheidend ist, dass du dir überhaupt im Vorfeld einen detaillierten Projektplan machst. So sparst du dir im Projektverlauf jede Menge Zeit, Geld und Stress. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020